Hallo und herzlich willkommen zum neuen Streamingplan für die Woche vom 5. bis 11. Februar. Und gestern haben wir schon Dota gespielt, auch wenn es da einige Twitch-Probleme gab und das alles nicht richtig funktioniert hat. Tja, ab und zu kommt es mal vor, dass dann doch Twitch auch Server-Probleme hat. Aber inzwischen sollte alles gehen und deswegen spielen wir jetzt Dota, jetzt gleich, wenn der Streamingplan online geht. Heute 13. bis 19. Uhr Dota 2 und nochmal am Donnerstag, 8. Februar, auch 13. bis 19. Uhr Dota 2. Ich werde auch am Wochenende Dota 2 spielen und streamen, aber ich kann die Zeit noch nicht genau sagen. Und deswegen werde ich das dann kurzfristig über Twitter bekannt geben und werde ich das ganze Wochenende vielleicht noch mal am Stück weiß, auch nochmal einen kleinen Mini-Streamingplan fürs Wochenende. Am Mittwoch und am Freitag spiele ich Martin spielt. Ich spiele Martin spielt. Eigentlich verrate ich ja immer, welche Spiele. Ich da genau vorhabe. Das ist aber diesmal mit einem kleinen Überraschungseffekt verbunden, weil einmal spiele ich Divinity 2 zu Ende und das ist nicht mehr viel. Und deswegen will ich da jetzt, weiß ich nicht genau, wie ich den Slot festlegen soll. Außerdem habe ich aktuell noch andere Projekte, nämlich Slay the Spire und Layer Billions. Und da habe ich beide schon viel aufgenommen. Das heißt, ich muss jetzt nicht direkt aufnehmen. Ich habe trotzdem Lust, weiterzuspielen. Aber ob ich dann eher am Mittwoch erst Slay the Spire oder Layer Billions spiele oder umgekehrt, das mache ich spontan. Davon abhängig, wie ich Lust habe. Beides super coole Spiele. Und ja, folgt mir einfach auf Twitch. Guckt kurzfristig rein. Schaut auf Twitter. Dann kriegt ihr schon mit, was von beiden ich spiele. Aber damit könnt ihr rechnen mit diesen drei Spielen. Divinity, Slay the Spire und Layer Billions. Außerdem habe ich mindestens eine Überraschung. Ein Spiel, was ich jetzt noch nicht nennen möchte. Was auch noch mal da reinkommt. Da ist ein bisschen vieles für nur zwei Slots. Ich werde auf jeden Fall einen Slot Martin spielt am Wochenende haben. Und einen Slot Dota 2. Ja, und auch dann, also diese drei Spiele plus Überraschung werde ich halt auch am Wochenende spielen. Die Verteilung sieht man dann im Stream. Vielleicht auch stimmen wir ein bisschen ab im Chat oder so. Da finden wir schon den richtigen Weg. Schaltet auf jeden Fall ein. Es wird ziemlich super. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis dann.